Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Lost Planet 3. Im letzten Part haben wir eine T-Energie-Station gelehrt und wir, in Anführungszeichen, haben die Station vor einem Sturm gerettet. In Anführungszeichen wir, meine ich, ich. Also schon wir, aber ich rede jetzt nicht von den Leuten im Game, ja? Die ihr eigentlich gesagt habt, die mir helfen wollen. Gut, haben sie nicht getan, beziehungsweise die haben ja nur Deutsch gesagt, ja, du musst das und das machen, ja, schön. Hätte ich auch alleine drauf kommen können, aber ist gut. Ist ja gut. Jetzt müssen wir mit unserem Chef reden, denn unser Chef, der wird uns bestimmt erzählen, nach den ganzen Ereignissen im letzten Part und auch noch im vorletzten mit La Roche, wo wir den Franzosen gerettet haben. Entschuldigung. Mal gespannt, nicht den Schnee essen, den werde ich schon nie machen. Ah, das ist wieder der Kollege. Morgen. Da bist du ja wieder. Ich hab hier nicht die ganze Zeit rumgestanden, falls das heißt, du was du denkst. Da bist du ja wieder. Ich hab hier nicht rumgestanden, falls das ist. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Selbstverarsche. Weil die NPCs, beziehungsweise stehen ja immer an denselben Positionen wie sonst auch. Oh, das find ich schön. Das wüsste ich nicht mehr. Das ist ja super. Das war schon gut. Ich hab hier nicht rumgestanden, falls du das denkst. So, Braddock. Was geht denn ab? Na, Kollege? Da ist er. La Roche und alle von der Korone stehen tief in ihrer Schuld. Sie wissen definitiv, wie man Eindruck macht. Korones Mitte, bitte kommen. Es ist ernst. Raus damit, Jay. Beobachtungskapsel 5 ist in der Schlucht außerhalb der Versorgungsreichweite verschwunden. Wir versuchen, ein Bild von Kamera 8 zu bekommen, doch das Objektiv ist zugeformen. Ich stelle ein Rettungsteam zusammen, aber die Leute müssen wissen, wo sie die alte Gurte festmachen sollten. Ich schicke Peyton als Ersten nach unten und lasse ihn den Kontakt herstellen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Out. Peyton, Ihr Drink muss warten. Hier, einen Standard-Enterhacken, damit Sie in den Abgrund können. Los, ich will, dass die Leute lebend geborgen werden. Ah, ähnlich habe ich den Enterhacken. Den, den ich im letzten Part schon benutzen wollte, was nicht funktioniert hat. Naja. Na gut. So. Steht der immer noch? Na, der ist tatsächlich jetzt... Ne, der steht da noch. Tja. NPCs, ne? Was hast du mir jetzt was Neues? Ja, ja, ich laufe gerade meine Runden. Ja, ja. Der ist jetzt mein Favorite-Charakter. Der ist mein Favorite-Charakter. So, aufzuhab. Da habe ich direkt die nächste Vision bekommen, dabei wollte ich doch eigentlich einmal einsaufen gehen, ja? Da habe ich schon die komplette Basis gerettet und dann wollen die mir nicht mal ein Drink spendieren. Ne, ne. Stattdessen gibt es wieder Arbeit. Weißt du? Hätten die ja eigentlich alles selber machen können, aber... Gut, ich bin ja auch auf diesem Planeten gekommen, um zu arbeiten, ne? Um für meine Frauen, mein Kind zu sorgen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er einen Sohn oder eine Tochter hat. Ich glaube, einen Sohn, ich bin mir auch nicht sicher. Vergiss nicht die Munitionsspende außen an deinen Beinen des Meshs. Ja, ja, ich weiß. Das ist manchmal echt wichtig. Und zum Einkaufen in den Läden, ja. Okay, ab in den Mesh. Suche nach der abgestützten Kapsel. Machen wir. Läuft jetzt gerade wieder die Musik im Mesh? Ah, ja. Tatsache, ich kann den... Ich kann den controlen. Obwohl, wir machen mal ein bisschen Musik an, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit GEMA und so ist, aber... Ich denke, das sollten eigentlich In-Game-Leader sein. Deshalb sollte das eigentlich gehen. Dann ist es auch wenigstens nicht ganz so langweilig, wenn man jetzt die ganze Zeit hier nur rumrennt. Da braucht man auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Das ist doch auch so schön. So, Corona ist... Irgendeine abgestürzte Kapsel. Hm. Daran kann ich mich jetzt gerade gar nicht mehr, ne? Bin ich mal gespannt. Deine Pistole hat immer unbegrenzte Munition. Ja, das ist doch sehr wichtig, weil ich mal... gar keine Munition mehr habe für irgendwas. Oh, ich brauche noch dieses... diese explodierenden... Gab es nicht irgendeinen Bogen mit explodierenden Pfeilen? Der war auch ziemlich nice. Den hatte ich damals auch gehabt. Mein Gott, nicht mal die Tür könnt ihr aufmachen, ne? Was könnt ihr eigentlich? Ihr könnt gar nichts ohne mich, ne? Wenn ich jetzt nicht hier wäre, wären die so am Arsch. So, bitteschön. Okay, das soll es erreichen. Panzertüren öffnen. Vorsicht da draußen. Oh, Türenergie. 500 habe ich dafür bekommen. Easy. Ja, mittlerweile 4200 T-Energie. Das kann nicht mal wenig. Hier muss ich hin, aber... Nee, ja. So. So. Hallo? Ist doch noch ein Schwiermann! Ich bin hier, Leute. Ein Glück, dass ihr auf einem massiven Vorsprung gelandet seid. Ist jemand verletzt? Unsere Lebenserhaltungssysteme sind aus. Und wir können etwas Luft gebrauchen. Sieh dir mal den Auslass des Wärmetauschers an. Der muss kaputt gegangen sein. Äh, was? Ah, wahrscheinlich reparieren, ne? Ja, da war er, da war er, da war er. Und... Da. Kein Problem, dafür bin ich ja da. Danke, Jim. Du hast uns gerettet. Okay, Leute, haltet durch. Die Rettungsteams sind bald hier. Das war easy. Ich mag dich jetzt schon mehr als La Roche. Okay, das war, glaube ich, gar nicht so easy. Ah, L2 war es. Oh nein, das sind die, die explodierende Dinger werfen. Spoiler. Ja, ja. Ja, genau das war. Alter. Alter. Oh Gott. Alter, kann er mal verrecken? Dankeschön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Den hab ich nicht gesehen, oh mein Gott. Oh mein Gott, zu viele. Zu viele. Schnell da hoch. Der kleine Spacken. Alter, ja, nee, ist klar. Alter, du wirst ja von jeder Seite beballert. Da kannst du dich ja gar nicht konzentrieren. Alter, ist das krass. Fuck. War das unser erster Tod? Ich glaube, ja, ne? Ja, das Spiel wird schwer, Leute. Das ist kein einfaches Spiel. Ach, ich starte auch noch ab hier. Ach, komm. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, das kennen wir doch schon. Oh. Aaaaaaah Auf dem Weg. Schön nachladen jetzt. Ja, komm. Fick dich. Alter, wie, der lebt noch. Was ist denn los mit dem? Ja, ich hab den da wohl gebraucht. Dann geht der jetzt für die Party ab, ey. Ich komm nicht mehr zurück. Alter. Alter. Alter, was soll ich... Alter, ich kam nirgendwo mehr hin. Nee, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Da waren einfach zu viele Gegner auf einem... Oh, nein, jetzt muss ich schon wieder von da starten. Oh Gott, oh Gott, das ist der vierte Part dieses Projektes und ich raste jetzt schon aus. Oh, meine Fresse. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, dass die mich aber auch einfach hier spawnen lassen, das ist so behindert. Warum nicht wenigstens nach der Cutscene? Das würde ich fair finden. Sobald ich die drei hier tot habe, dann von mir aus spawnen. Das wäre fair. Aber jetzt muss ich mir jedes Mal diese verfickte Cutscene-Scheiß angucken. Da rastest du doch nur aus. Meine Fresse. So, was hätten die jetzt... Guck mal, jetzt hätte man einen easyen Checkpoint einbauen können. Hier kommt doch gerade kein Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, treff ihn doch. Meine Fresse, Jim. Der verreckt aber auch nicht da oben. Ja, ich weiß es. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt mach doch! Okay. Oh nein, ich will nicht gegen die kämpfen. Das ist scheiße. Boah, wie weit ist das denn? Gehen wir. Der Sturm da hinten? Was soll man das ist? Was geht denn da hinten ab? Holy crap! Alter! Ist ja krass. Das soll wohl ein witz sein. Ähm. Hat ja so gut funktioniert. Ach nein! 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 Ich hab Nein gesagt. Mein Gott. Boah, wenn ich Nein sage, dann meine ich auch Nein. Nein! Oh Gott, ich muss das Eis wegkriegen. 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 Alter, leg mich am Arsch. Ich muss das Eis wegkriegen. Fuck. Ich muss auch mal die Zunge dafür. Ich werde so hart verrecken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuck. Oh nein, ich bin schon wieder. Nein. 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 Mach bloß ab, du Mist wie, ey. Hau das ab. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Egal. Keine Sorge, ich hab dich auch geholfen gesehen Keine Ahnung Fuck Scheiße, wo ist der? Okay Verrecker Yes Oh Regt mich doch am Arsch Was soll ich jetzt noch den Rest wegmachen? Gott sei Dank Alles nachladen? Nice Gut Boy Ich hasse die Gegner, ich hasse sie Alles gut Alles gut Oh hier muss ich Laufen Alles klar Ein Speicherpunkt wäre jetzt ganz geil Oh wir haben hier einen Gut Es hat gesaved Leute das war's für diesen Part Holy shit ey Jetzt ist der vierte Part Ich hab heute schon geranged Und gerade krasse Kämpfe gegen irgendwelche Viecher gehabt Leute wenn es euch gefallen hat Schaltet im nächsten Mal wieder ein Würde mich sehr freuen Und ich sage bis dahin Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020